so volle willkommen zur turnierbesprechung wir schauen uns die defensiven an vom blutigen kampf keine eilung keine wiederauferstehung alle farben sind erlaubt und fünf sterne meine defensive sehen wir die war schlussendlich auf d wir waren zwei tage auf c mit 0 0 und dann waren wir zwei tage auf e und dann ein tag auf d jetzt nicht so viel erwarten anders lief es tatsächlich im angriff 25 angriffe und eine niederlage also das haben wir sehr sehr gut hingekriegt das war die einzige niederlage da haben wir so gegen gegen satana nicht ja da einfach gefühl alles zerstört ja ich glaube die beiden waren am ende übrig war schade 25 0 gehabt aber gut so ist es nun mal wir sind am ende wenn wir hier gucken auf rang 562 gelandet war natürlich ärgerlich die defensive hat da ordentlich punkte verspielt ja sonst wären wir da auch weiter oben gelandet ist ärgerlich weil es offensiv halt echt gut lief aber bei fünf sterne ich weiß nicht jedes mal bei fünf sterne ist es sehr 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 selten dass ich da über c bin ich habe halt einfach scheiß helden ja anscheinend offensichtlich gut wollen wir gucken wer hier mit welchen helden gut abgeschnitten hat also gewonnen hat krabowski mit vier punkten vorsprung spurs und vielleicht tottenham spurs fußball keine ahnung aber ja nicht ne und vor kingdom okay ja schauen wir einfach mal rein was hat krabowski okay also es sind alle farben erlaubt das heißt man kann jede schandtat in die defensive stellen und ja ich glaube mit so einer bernadette macht man schon mal prinzipiell nichts falsch ne also die ist natürlich so sobald sie halt einmal gefühlt auslöst ist halt schon bei schon zappenduster und an der bernadette zu killen ist halt massiv schwierig vor allem wenn dann halt auch noch so ein zuge daneben ist und eine mena die demana klauen zudem hast du halt noch ein rotbart der mit seinem tanz ja dir auch noch so ein bisschen da das leben schwer macht dass du nicht auslösen kannst und dann kommt nur zitrus holz der der das mana klaut also durchweg sage ich mal ist das echt eine undankbare sehr undankbare defensive ich gehe aber davon aus dass es primär mit bernadette steht und fällt also ich glaube wenn man bernadette früh weg kriegt und dann auch noch einigermaßen in der folge ein paar steine hat dann kann man das gewinnen ja aber das ist halt so das ding wenn man die steine hat und den tank weg kriegt dann kann man halt überall immer irgendwie so gewinnen ich persönlich würde sehr ungern gegen sie spielen dementsprechend weil ich da halt echt immer probleme habe also es wundert mich jetzt nicht dass es eine art defensiv ist ja sagen wir mal so so hier ok ja das ist eine andere variante also wir haben die bernadette variante und wir haben jetzt hier die kriegt der drei königreich variante die auch an mit minions kakao mit minions zuge mit minions und feinden plus mega minion plus mega minion mega minion mit schlaf mega minion mit blutung schaden ja was was willst du da machen ganz ehrlich was willst du da machen die auch an die löst gefühlt immer mindestens zweimal aus bevor du am start bist und durch ihre minions die sie macht befeuert sie natürlich auch noch zuge und kao so ein bisschen da schneller mana zu generieren beziehungsweise schneller voll zu sein und wenn jeder von denen einmal ausgelöst hat dann machst du da nichts du killt sich durch den gegenschlag du kannst nicht heilen ja das ist ja gerade das problem und hast dann auch zusätzlich die feinde die dann auch bei dir sind plus die mega minions also das ist das ist nicht nicht einfach das geht nur mit einem sehr starken bord und ja das ist auch verdient na defensive ganz ehrlich so auf platz zwei mit ins börs hier teilt sich in king dong zuge kao kao mena ja also dieser blutige kampf der spielt ja völlig in die karten dieser königreich helden deswegen habe ich die ja auch genommen und bei mir läuft zeit nicht so immer vielleicht in den zuge kao kao den zuge kao kao da hinstellen nein erst zuge dann kao kao so mache ich das zuge in die mitte vielleicht wäre das besser gewesen ich weiß es nicht ich habe eher gedacht der der kao kao minion weil er dann boni auch neutralisieren kann und weil kao kao halt auch damage macht weiß ich jetzt das wäre es besser gewesen wenn wir zuge gestellt hätten aber nichtsdestotrotz wir haben dann auch wieder mena die mana cloud wir haben ihn der die gegner am rand einschlafen lässt was natürlich auch undankbar ist mit ihm wo es dann wieder ums tanzen geht also ja was soll ich sagen wundert jetzt auch nicht unbedingt also jeder der der einmal gegen zuge und kao kao gespielt hat und weiß wenn die auslösen mit den minions das ist brutal schwer irgendwann ja machen die dich so nieder die kleinen viecher über die runden wenn du halt nicht heilen kannst was in dem turnier nicht möglich ist dann dann stirbst du halt einfach dann ganz ganz simpel und dann kommt halt hier noch eine schnelle mena dazu flauschigkeit in der luft ja genau und das sind glaube ich hier rotbad und chicago sind glaube ich die geringeren probleme tatsächlich wohl die halt auch mega undankbar sind auch hier ja wundert mich nicht ja genauso wie hier das ist natürlich im endeffekt das gleiche was wir gerade auch schon so hatten die königreich defensive mit den ganzen minions wollen wir nicht weiter darauf eingehen dass das total stark da kannst du sogar eine bernadette nach außen stellen wahrscheinlich war sie trotzdem immer der game changer jedes mal ja sporta okay ist das sogar mit kostüm ist das dann eine es ist der es ist der alpha sporta gut ja sagen zuge zugereicht wahrscheinlich anscheinend oder anscheinend reicht zuge auch schon schneller spotter ist natürlich auch undankbar ja muss erst mal dispeller dabei haben dann hast du da zwar den sport weggenommen aber dennoch hast du halt überall kleine zuge minions muss immer ein auge haben auf bernadette hier ist es so und der minion von forces gibt ja mana hier gibt dem besitzer am ende ist fünf prozent mana so das heißt eine bernadette außen wird auch gefährlich ab einem gewissen punkt im match wird sie auch sehr gefährlich und ja lass sie da einmal auslösen du weißt du das was das für ein problem ist der anderen seite hast du hier amon monchermin mit seinem mega minion der einen einschlafen lässt es gefühlt erst sogar ohne limit break erst einfach nur 480 da okay krass dass das heißt also wirklich dass er absolut gar kein faktor war wenn wir ehrlich sind das heißt eigentlich eigentlich ist shadow die ganze zeit über mit vier helden in der defensive gewesen weil selbst ein tun riechert ja das sieht hier gut aus ja aber da siehst du halt einfach dass der hinten kein kein wirklicher faktor ist dass die leute einfach hier nicht durchgekommen sind hier das ist das problem da sind die nicht durchgekommen sodass er vielleicht dann sogar auch gekillt hat das ist schon krass dass du da selbst in vier 80er riechertun hinstellen kannst da komme ich mir halt auch schon wieder leicht so ein bisschen veräppelt vor wenn ich ehrlich bin wenn ich mir da so meine angucke und dann sehe ja gut hier wird einfach ein 480er hingestellt läuft läuft ja also von daher hätte ich doch mal lieber zuge als tank gestellt disciples of scorpius die haben sich jetzt einmal formiert für den letzten für den letzten krieg ein krieg noch mit vielen der 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 original disciples das ist schade hier der kleine account ist da drin aber unser spieler der da hin wollte hat hat es nicht geschafft vom platz her das ist natürlich ein bisschen ein bisschen albern der kommt jetzt nach dem krieg zu uns wieder natürlich auch irgendwie nicht so cool aber gut okay nicht mein problem ähm ja mega minion action ne hier mega minion macht der auch mega minion ne aber schaden mit blutung schaden ja das ist natürlich auch wunderbar hat aber am anfang mega minion ne und dann haben wir hier einer der größtenteils echt unterschätzt wird ja aber er ist so der erste gewesen ähm war nicht der erste gewesen aber das mit dem einschlafen dann kam amon monchemie mit seinem mega minion der einschlafen aber hier generell dieses einschlafen das hat schon extrem viele punkte in kriegen gekostet für manche leute als wir jemanden hatten mit äh kalen als tank der hat ordentlich punkte gefressen oder ordentlich angriffe gefressen ne ähm prinzipiell sehe ich jetzt hier nicht unbedingt so ein problem dass das eine art defensive ist also jetzt mal bei aller liebe jetzt mal so wirklich ne da finde ich meine defensive deutlich undankbarer wir haben white fang mit dem frost wir haben ähm rotbart mit dem tanz wir haben kao kao wir haben zuge wir haben auch ein mega minion persönlich finde ich meine defensive stärker als die meine ist e beziehungsweise d und die scheint die ganze woche über a gewesen zu sein jetzt wissen wir natürlich nicht ist die a 1 0 die ganze zeit oder 2 1 so gerade eben und dann passiert nichts mehr ne ich meine meiner hat ja auch nicht wirklich chancen gehabt sich zu verbessern wurde auch nur 3 mal angegriffen man hat halt davon 2 mal verloren wenn sie 2 gewonnen hätte oder von mir aus auch 1 gewonnen 1 verloren und 2 angriffe drauf hätten wir die ganze woche im b gehabt ja wäre deutlich besser gewesen ja aber weiß ich nicht ähm ist es für mich jetzt nicht der also na weiß ich nicht die sind die anderen deutlich deutlich undankbarer ja mit Gastille ok Gastille Potz ok finde ich jetzt auch nicht so krass klar wenn er auslöst dann wird das alles eine ganz undankbare Geschichte aber da gehe ich mit gelb rein und wenn ich gelbe Steine habe dann ist der down ist der ganz ratzfatz down da werden jetzt nicht sind jetzt nicht so geil die Defensiven ja kann man mal sagen das ist ehemalig aggressive Edward ja das waren also der Wahnsinn ne der fuckt mich ja unnormal ab also ich habe jetzt wieder gegen Wahnsinnshelden gespielt ich habe 5 mal gefeuert und war wahnsinnig 4 mal davon 20% 1 mal 5% das hat jedes mal getriggert und jedes mal habe ich deswegen verloren wirklich jedes mal es war dann Mayanna Thun bei 20% Wahnsinn feuer ich wäre der eine wäre der eine down gewesen was ist sie feuert auf sich selbst selber der Rassan selber beim Gegner der war bei bei 90% und hat gefeuert ja und meine feuern bei 5% gegen sich also dieser Wahnsinn ist der größte Quatsch den den man eingeführt hat wirklich ähm deswegen ist das so deswegen warte ich auf dieses Portal weil ich will auch diese Scheißhelden haben ganz ehrlich das ist so ein Blödsinn dass der dass man als Gegenspieler von Wahnsinnshelden bei jedem Scheiß das gegen sich bekommt aber nie dann mal anständig feuern kann das ist jedes Mal aber der Gegner kann dann immer perfekt feuern also das ist irgendwie echt dumm deswegen kann ich mir schon gut vorstellen mit Edward ja ja der regelt das schon ich meine 3 mit 45 Wahnsinn das heißt also 3 können die Special nicht machen können sie im Endeffekt schon vergessen er hat dann 55 Wahnsinn das juckt ihn ja dann eh nicht dann löst er halt nochmal aus ne ist nichts Neues die Eule ja Drecksack Eule ja ok verstärktes Ausweichen ist natürlich ganz nett ja und die Mega Minions außen also die Defensive sieht vielleicht am ersten Blick ein bisschen einfacher aus oder einfacher aus hat aber einige Tücken ne und das geht halt mit dem Wahnsinn hier schon los dennoch denke ich wenn man da mit Rot reingeht und ein bisschen Glück hat und Rote Steine kriegt dann geht das auch theoretisch hatzhatz ähm während jetzt bei so einem Kao Kao als Gegner da brauchst du ja schon viele Grüne ja aber ich würde jetzt einfach mal behaupten bei so einem Edward ähm wenn ich da mit meinen Roten reingehe dann ist das sind das zwei Matches dann müsste der fast down sein oder ne ähm sieht am ersten Moment jetzt nicht so gefährlich aus aber anscheinend war es halt gefährlich ja von daher oh hier sind auch krasse Leute immer in der Allianz das ist ne krasse Truppe ich glaube wenn die voll sind die haben auch ordentlich ordentlich Potential so aber wir wollten uns ihn angucken ähm ja geht über Statuseffekte erstmal hier Mega Minion mit Blutungsschaden und dann haben wir hier Schreckenstern geht halt auf alle ne und macht Mana Regeneration runter und erhalten Heilung gut das ist jetzt unsinnig hier in dem Fall ähm Brandschaden Zersetzungskern gibt mehr Schaden oder mehr Brand und Gift machen mehr Schaden wir haben hier nochmal Gift Schaden durch Xi auch sehr gut und er macht macht er Mega Minion ja ja also zwei Mega Minions außen viel mit Statuseffekten äh die man natürlich clean kann muss man halt gucken ob es ein Cleaner ist der halt äh nicht heilt weil sonst würde man ihn ja wahrscheinlich nicht mitnehmen ne also aber hier bietet sich tatsächlich an irgendwie einen mitzunehmen der Immunität gibt der cleant oder sonst was macht weil sonst äh verrixte daran ja aber anscheinend haben da nicht viele dran gedacht und sind dagegen verreckt also von daher gut gemacht ich meine so ein Gewinn ist ja auch nicht gerade einfach zu besiegen das muss man auch dazu sagen von daher ähm ja mit Statuseffekten geht auch gegen oder in Modi wo halt keine Heilung erlaubt ist ne oh Best Fighting Mates da ist er der Kaelin ja ähm sehr schön Megaminion Mena Pfefferflamme und Rotbart ja ja ich denke das Problem wird dieser Kaelin sein dass man ihn unterschätzt ähm der macht glaube ich macht er nicht auch den Megaminion dann am Ende ja Mega Schildwächter genau genau dann hast du hier Megaminion da Megaminion hier wird Mana geklaut da wird getanzt ja ja ist schon extrem gefährlich womöglich tatsächlich zum ja dass man es unterschätzt ja so Time Bandits kann ich leider nicht hingehen tut mir leid ja aber da ist einer der mir ähm ans Bein pinkeln wollte hat dafür Kontra gekriegt das war zur Zeit des letzten Kriegs der drei Königreiche ähm tut mir leid ja wer mir unberechtigterweise wo ich noch nicht mal im Chat war ans Bein pinkeln will ja habt ihr ihm zu verdanken ähm gucken wir weiter haben wir noch mal Kopfcheck schön ja Moonbell ist auch Moonbell ist auch so eine kleine Ratte ja das mit dem Astral-Sphären-Lakain das ist auch eine ganz ganz undankbare Sache weil er ist extrem dick er hat extrem viel Leben zudem wird dann halt auch noch der Schaden reduziert sodass es da halt auch noch schwieriger ist den wegzukriegen und gleichzeitig ist er halt auch mittel so das heißt ähm wenn man ihn versucht mit Steinen wegzukriegen schafft man das nicht bevor er nicht nochmal auslöst und das ist natürlich dann extrem undankbar zumal er die Alpha-Fähigkeit hat Ausweichen wenn man ein Special feuert und hofft dass man ihn dass man den Minion dadurch weg macht kann es auch einfach verfehlen ja und ähm deswegen schwierig also schwierig für den für den Angreifer sehr gut eigentlich auch in der Defensive ähm nicht schlecht nicht schlecht wird auch noch geschützt durch äh Weichhaut von von Mena gegebenenfalls ne je nachdem wie die dann auslösen wir haben Forces dabei ähm in seiner stärksten Version auch mit Kostümbonus und sowas alles ähm ja kann easy eine Null sein hier tatsächlich sehr gut haben wir hier Scory da 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 frage ich mich halt bei solchen Defensiven warum die und warum nicht meine ne also ich meine die ist ja nicht schlecht aber kann man halt auch besiegen das ist jetzt da sehe ich da sehe ich so Defensiven mit dir auch ran Kau Kau und zuge deutlich übermächtiger ja also weiß ich nicht war ja gut für ihn aber ich versuche es halt immer irgendwie so ein bisschen zu verstehen ja Chaos ist halt die Leute die haben halt so viele Möglichkeiten bei Helden dass man eine Io Kanta halt zweimal Triple Limit Break mit Master Emblem ich meine die ist sehr schnell ja aber ich habe schon oft gegen die gespielt und die hat mich nie wirklich beeindruckt wirklich nicht nie vielleicht ist es natürlich in der Offensive besser wenn man es steuern kann dass man sich halt auf Rot konzentriert und dann halt nur drei Steine ghosten muss zum Beispiel oder halt sechs Steine spielen aber weiß ich also mich persönlich hat sie nie umgehauen aber anscheinend läuft es hier ich meine klar Megaminion dann hier sehr schneller hält der auf drei geht das zweimal mit Moonbell der dann auch seine Minions macht und Lemon die Defensive ist nicht schlecht ne um Gottes Willen aber ich hätte jetzt echt gedacht dass so Chaos auch was anderes hinstellt als eine Doppel Iocanta mit Master Emblem und sowas aber anscheinend hat es ja funktioniert also von daher du kehrst ja wenn es funktioniert Mautzi ist auch am Start ja ja sowas hier das meine ich das ist für mich halt so der Endgegner bei blutiger Kampf du selber kannst nicht heilen du selber kriegst Feinde du selber kriegst die ganze Zeit den Schaden von Minions dann tanzst du irgendwann dann wird der Mana geklaut die machen ganz viele Minions mit 1500 bis 1800 Lebenspunkten wie willst du da durchkommen das ist das ist für mich die brutalste Kombination was bei blutiger Kampf halt so geht weil die schützen sich massiv du selber kommst da halt nicht durch und drehst dich in der Schleif und am Ende ist es eine Null dann haben wir so Defensiven wie das mit Scoria da gerade da denke ich mir weiß ich nicht ja Ring of Honor auch am Start ja Bernadette auch so auch so ein Kandidat ne bin ich bin ich sofort dabei wenn ich Bernadette Tank sehe direkt erstmal mindestens B Defensive wenn nicht sogar halt immer eine A Defensive da hängt es einfach an ihr bin ich ganz ehrlich da brauche ich mir den Rest gar nicht angucken für mich persönlich scheitert es immer mit ihr als Tank oder teilweise auch wenn sie hinten in der Ecke steht okay das ist auch interessant ähm Zuge außen weiß ich nicht ob das so clever ist hätte ich den schon als Tank irgendwie gestellt aber hier Iga ist natürlich interessant ne weil du kriegst die ähm die Feinde nicht weg die Kunais und ähm das heißt die machen erstmal den Schaden und explodieren dann und du kannst nichts dagegen machen weil du sie nicht wegheilen kannst sondern das ist natürlich äh massiv undankbar deswegen äh sehr gut eigentlich was ich zum Beispiel auch nicht schlecht finde ist so ne Fortuna ja ne Fortuna macht Feinde die ähm solange sie da sind einen Attackdown geben so du willst ja machen ohne ohne starken Angriff dann kannst du auch nichts machen ja aber äh es gibt halt so viele krasse Helden mittlerweile da wird halt auch so ne Fortuna dann relativ schnell äh vergessen ja die Anstalt auch nicht schlecht oh da ist auch was passiert ei 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 aber immerhin haben wir hier seiner Top 100 Rollenbiest ja Rollenbiest ist auch so ein Mistvieh also wirklich ein Mistvieh ähm löst das aus dann haben wir da den Mega Minion mit äh Gegenschlag sehr sehr undankbar hier wird dann noch ähm vielleicht Weichhaut noch kommen vom Mena Santana auch nicht äh gerade einfach gestaltet mit Kostüm hält natürlich auch massiv viel aus 1600 Angriff mit Angriff verstärkt ist auch relativ zügig immer an äh kann dir da auch sehr leicht Leute rausknallen ähm ja aber ich glaube hier steht und fällt es auch mit dem Rollenbiest meiner Meinung nach weil Verwelten minus 400 Angriff das ist echt hart Schaden auf alle und dieser mega weiße mega Wildschwein Lakai der den Gegenschlag macht also da hängt auch sehr viel davon ab ob man Rollenbiest wegkriegt oder nicht hier der Schengelsche Bernadette ja reicht schon der Rest ist natürlich auch gut aber Bernadette reicht mir schon Arthur ok hier ist das ne hier ist jetzt zugetankt und Moonbell aus und gerade was andersrum ähm ja 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 gegen ihn habe ich zu selten gespielt deswegen kann ich da jetzt gar nicht sagen ob der ähm wie es mit ihm so ist ähm sieht man weniger im PvP irgendwie Daroga ja gut ok ja ausbreitender Blutungsschaden und das mit dem Stack ja ok ist jetzt nicht ganz so doof aber ich würde den wahrscheinlich dann auch nach außen packen irgendwie Moonbell weiter in die Mitte aber gut hat ja hat ja funktioniert ja oder Frechtax auch am Start mit Mega Minions mit Pip habe ich bisher auch keine Probleme gegen gehabt muss ich auch ehrlich sagen also ich sage gegen manche nochmal gezielt irgendwie spielen aber Iocanta Pip die haben bisher bei mir keinen hinterbleibenden Eindruck lassen hinterlassen Robinson 7-7 sieht auch eher also hängt wahrscheinlich an Zuge aber auch da finde ich meine per se gefährlicher weiß ich nicht haben wir gemobbt vor von den Turnieren nein aber auch hier Glückwunsch ja hier wird es wahrscheinlich dann an Zuge Mena hängen irgendwie ich weiß weiß ich nicht wahrscheinlich nochmal Syndikat also ich würde mich freuen gegen so einen Gegner ich ehrlich er ist 19 bis 20 Zentimeter ok tja ich versuche halt wirklich so rauszufinden was könnte jetzt hier der Schwachpunkt sein es kann ja eigentlich nur sein dass man gewinnig weggekriegt hat wenn ich mit lila hier reingehe was ich ja kann ist in der alle Farben erlaubt muss ich halt schon echt nichts kriegen also wenn ich mit meinen lilanen da reingehe würde ich sagen ich habe eine sehr sehr hohe Wahrscheinlichkeit zu gewinnen mit dem Panther mit dem Milun mit Dunkelfeder mit Rotbart oh Martina congrats well done well done well done anscheinend ist es wirklich Zuge also anscheinend habe ich echt den falschen Königreichhelden dahingestellt mit K.O.K.O hätte man echt mal Zuge hinstellen sollen Daroga hatten wir gerade ausbreitender Blutungsschaden Whitefang ausbreitender Frostschaden der bleibt gut 7 hat den Mega Minion der Blutungsschaden auch macht natürlich auch nicht schlecht mit hier einem anderen Mega Minion gut also Mega Minion mit negativen Statuseffekten zudem halt Gegenschlag Minions und eigene Feinde die man kassiert hört sich zumindest in der Konstellation nicht unbedingt gut an weil ich halt auch echt sagen muss ich glaube so ein Daroga ich weiß nicht ist der so ein Game Changer ich spiele nicht so oft gegen den oder auch Frau Potts klar Mega Minions sind immer undankbar das kann ich nur nachvollziehen du kannst keine Boni selber machen weil sie die Immunität macht ja aber wir wissen halt auch nicht wie sie stehen stehen sie jetzt 1 0 stehen sie 13 zu 1 stehen sie 25 zu 0 keine Ahnung aber well done und hier hat sich noch einer reingemogelt mit Gastille und Cell Schlauzunge Dunkelfeder und Hunter 6900 ich hab fast ich hab über ich hab 680 Teamstärke mehr und ich bin E beziehungsweise D und das ist anscheinend fast durchgängig A ist doch irgendwie nicht richtig guck dir die Truppen an guck dir meine Truppen an weiß ich nicht kommt mir halt echt merkwürdig vor ne und ich mein offensiv bin ich ja nicht viel schlechter wie viele Punkte hat der hier 27 9 sondern er hat 1600 Punkte mehr ja kann ja nur durch die Defensive sein weil ich hab nur 500 Punkte in der Offensive eingebüßt selbst dann hätte er noch 1100 Punkte mehr das heißt er hat effektiv eine bessere Defensive in der Gesamtwahl als ich das ist halt komisch ist halt echt komisch laut ist wie es ist ja gut wir haben jetzt hier echt viele verschiedene Konstellationen gesehen was ist denn jetzt hier so wieder mein Fazit ja das Ding ist im Endeffekt ich weiß es nicht bei 5 Sterne bin ich ein bisschen ratlos weil ich kann aufstellen was ich möchte bei mir läuft nicht ich sehe andere die vielleicht das gleiche stellen oder deutlich schwächer sind zumindest in der Theorie mit besseren Resultaten also weiß ich nicht wenn ich es wüsste würde ich es ja machen aber bei 5 Sterne weiß ich nicht ähm stell das hin was am undankbarsten ist in einem blutigen Kampf macht es natürlich Sinn mit Minions wir haben viele gesehen die ja auch Anzuge Kaokao Moonbell ja die Mega Minions sind sehr gut mit Pots Schimmerschuppe äh Dima ähm Rollenbeast tatsächlich auch wenn wir nicht gesehen haben sind solche wie Laubhake zum Beispiel oder Irwitzhammer ähm aber das das ist alles so das was dir einen zusätzlichen Puffer gibt ja also sei es Minions und Mega Minions auf der anderen Seite Feinde auch nicht schlecht ähm Status Effekte ja da muss man halt dann mal gucken wie viele Nicht-Heiler gibt es die clean so und wenn man dann halt wirklich so auf eine geringe Zahl kommt dann sind Status Effekte natürlich auch nicht schlecht viele Heiler clean ja im Endeffekt ne und wenn du halt Heiler nicht mitnimmst zu einem blutigen Kampf was ja auch keinen Sinn macht ähm ich glaube es nimmt kaum einer einen Heiler mit nur um zu sagen damit ich clean kann weiß ich nicht ja es gibt natürlich die Variante mit Immunität aber da muss man halt auch gucken wer macht Immunität wenn es ein Heiler ist auch wieder schwierig ja ähm ich denke das beste Prinzip ist halt einfach entweder mit Minions zu arbeiten mhm oder dann halt auch in die offensive Variante und wirklich reinballern mit äh mit offensiven ähm Special ja also wir haben ja hier so ein paar Leute gesehen die halt offensiv reingegangen sind hier sowas zum Beispiel mit Gastille da einfach den Angriff verhöhnen und einfach mal auf gut Glück hoffen ja ähm hier das ist auch ein brutaler Angriff also volle Kraft voraus weiß ich nicht scheint offensichtlich auch eine gute Möglichkeit aber auch hier gilt natürlich wieder ähm wer neue Helden hat bei dem läuft's und Bernadette kann's natürlich überall reinbringen ne also entweder Minions oder Bernadette was natürlich auch immer hilft ist klar ne Minion ähm nicht Minion sondern Mana Klauer oder Reduzierer wie Mena Lemonwood die die helfen immer ähm ja und solange die neuen Helden nicht rauskommen helfen auch die Tänzer noch da gibt's aber noch ein Video zu ähm also von daher ist halt schwierig da was zu sagen bei 3 Sterne und 4 Sterne kann man's tatsächlich immer gut gut auf die Tuns schieben ja hier ist es tatsächlich so du musst halt bestimmte Helden haben und da ist dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass sie halt gut performt ich hab echt gedacht halt dass meine Defensive besser performt bin ich ehrlich ähm am nächsten Mal werde ich's einfach dann mal mit Zuge als Tank versuchen dann werden wir mal sehen was da warum kommt ja gut okay ja das soll's gewesen sein ich hoffe da konnten wir jetzt einiges irgendwie wieder so ein bisschen mitnehmen außer oder was heißt außer ähm im Grunde genommen ist es das halt ne Bernadette mit Minion Action und der Rest ist halt auch vom äh Steinegott abhängig ja also von daher muss man da echt gucken ähm was man da hinstellt wenn man neue Helden hat ja die nimmt man dann in die Defensive und ähm da muss man halt einfach äh auch hoffen dass man vielleicht Glück hat und dann einen Angriff kassiert den gewinnt und dann nicht mehr angegriffen wird ja vielleicht hat das auch den einen oder anderen hier echt dazu gebracht hier oben zu sein ja weiß man ja nicht und daher ähm ja sehen wir uns im nächsten Video und dann haben wir hier mit dem Video jetzt wieder ein weiteres Video für die Bibliothek wenn es wieder heißt wir haben Blutiger Kampf 5 Sterne alle Farben erlaubt dann kann man hier mal wieder reingucken ich werde jetzt hoffentlich in den letzten 20 Sekunden ähm das Vorgängervideo die Vorgängerbesprechung einblenden was man da vielleicht schon vergleichen kann in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao ciao das Vorgängervideo Untertitelung des ZDF, 2020